So, auf geht er, wo müssen wir denn hin, äh, da runter. Wir müssen da hin, so jetzt geradeaus, dann rechts rum, so geradeaus und dann rechts rum. Ja. 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 Nix war mit ewig leben. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Colto-Injektionen können keine Toten wiederbeleben. Wagt euch nicht, etwas zu sagen. Ihr habt ihn hergebracht. Ihr wolltet mich töten lassen. Von einem Hutten konnte man ja nichts anderes erwarten. Mag sein, aber ihr habt Okkabi gerufen. Wenn dieses Gerede nicht aufhört, gibt es Tote. Wie könnt ihr es wagen? Er tötet sie. Lasst das Geschäft weitergehen. Lasst ein schlaues Mädchen ihren Platz erinnern. Reichtum und Macht nützen euch nichts mehr. Lasst ihn am Leben, wenn ihr könnt. Er ist eine mächtige Kreatur und kann mir noch nutzen. Außerdem hätte ich ihn gerne als Exempel für das Schattensyndikat. Und euch bin ich auf ewig dankbar für eure Hilfe. Dieser Auftrag hat schon viel zu viel eurer Zeit beansprucht. Noch ein Fehler und euer Leben ist vorüber. Ja, ich verstehe. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe. Wenn Nar Shadda eines Tages an das Imperium fällt, wissen wir, wem wir das zu verdanken haben. Ich hab nur noch die Klassen-Quest. Nee, hast du nicht. Du hast noch die ganzen Nebenquests. Nö, die hab ich aufgegeben. Perfektion ist mein Ziel. Die sind ja nicht ausschlaggebend. Sind sie auch nicht. Aber wir hatten ja mal gesagt, dass wir jede Quest machen wollen. Mindestens einmal. Das hast du gesagt. Ich hab nie gesagt, dass ich jede Quest mache. Doch. Das ist sogar in irgendeiner deiner Videos. Ich glaub sogar am Anfang. Das haben wir beide beschlossen. Da guck ich mir die heute Abend an. Tu's gerne. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir das beide gesagt haben. Äh... Das und das. Ich hab nur noch genannt. Vielleicht kann ich nicht hier meine Mail. Abgesehen davon, du musst doch eh warten. Spätestens dann kannst du sie ja machen. Schon besser! Braucht jemand ein paar Spielzeuge? Vielleicht kriege ich endlich diesen Lecku-Dämpfer, den ich schon immer wollte. Schmeichelt euch ein, wie ihr wollt. Die Exchange übernimmt euer Geschäft. Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert. Glaub mir, ihr werdet das Süße dem Schafen vorziehen. Einen Schritt näher und ihr werdet von zwei Dutzend Sith umstellt. Zwei Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen. Ihr sind keine Sith. Was geht hier vor? Diese Gentlemen sagen, sie übernehmen Darth Barra Sklavengeschäft. Ihr habt also wirklich einen Sith im Ärmel. Nun, wir wurden ausgebildet, Sith auszuschalten. Lasst die Muskeln spielen, Leute. Gerne doch. Ich habe euch lange genug ertragen. Tötet den Sith. Gleich geht's besser. Ja. Ja. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft, aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing. Ihr seid der Schüler, von dem Darth Barras berichtet hat, oder? Was genau hat er über mich erzählt? Barras hat mir erzählt, warum ihr hier seid und wie ich helfen kann. Von eurem mutigen Auftreten hat er aber nichts gesagt. Und Barras hat mir auch nicht erzählt, was für eine verführerische Frau ihr seid. Sieh da, ein Sith mit Herz. Halidral Setzin. Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Es wird mir eine Freude sein, Rataris Pläne zu durchkreuzen. Er wird ausrasten, also seid bereit. Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt. Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden. Er und sein Schüler Girik hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, wenn ihr da reinplatzt... Warten eine Menge Blaster auf mich. Nur wenn ihr zu viel mit eurem Lichtschwert wedelt. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Ratari kann sie nicht einfach angreifen. Er muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Könnte schwierig werden. Die fetten Schnecken haben ein paar ziemlich gewiefte Leibwachen. Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari erledigt ist, können wir uns vielleicht besser kennenlernen. Das könnten wir. Ich freue mich schon darauf. Ich habe das Gefühl, wir beide könnten uns gut verstehen. Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern. Aber ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Viel Glück. So wie das Gespräch abläuft, könnte man denken, ich habe den nächsten Gefährten. Okay. So ist jetzt. So wie das Gespräch gerade mit einem abläuft oder ablief, kommt es so rüber, als ob ich bald die nächsten Gefährten habe. Ja. Die Ergebnisse sind viel besser, als sie vielleicht aussehen. Sie werden sehen. Unfair. Tja. 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 Benötigen Sie medizinische Hilfe. Leben Sie Pol. Hier unten Sandler gegeben haben. Willkommen Sie mit einer Garnung. Und dann sehen Sie die Garnung. Wir werden mit einer Garnung vermittelt. Wir sind jetzt ein AOC genannt. Wir sind ein AOC-Grenz. Wir sind ein AOC-Grenz. Wir sind ein AOC-Grenz. Wir sind ein AOC-Grenz. Besser niemand an. Da und dann geradeaus hoch und das linke. Da und dann geradeaus hoch und das linke. Ihr solltet euch besser dem Willen des großen Lord Ratari beugen. Tretet die Gebiete ab, bevor er seine Geduld verliert. Das sehe ich aber ganz anders. Ich sage euch, wer das ist. Das ist der Schüler eines greisen Sith, namens Darth Barras. Richtig. Mein Meister und ich haben euer Kommen erwartet. Habt ihr euer Verhängnis auch erwartet? Ich will kein Ärger mit euch, aber Ratari muss sterben. Ich möchte das Kartell von dem Ärgernis Ratari erlösen. Okay. Wie schätzt ihr die Chance ein, dass ihr Hutten meinen Angriff überlebt? Unsere Allianz beginnt mit dem Tod von Barras Handels Angriff. Und noch ein gelbes Lichtschwert. Ey, ich will kämpfen. Ich muss ganz kurz die los schicken. Ich will mich ganz nach Ihren Spezifikationen richten. Unglaublich. Lord Ratari wird euch und euren Meister trotzdem vernichten. Euer Meister wird euch schon bald folgen. Stöhnen hier nicht so rum. So. Wow, das war es schon. Allkatore Ansprüche. Der Kampf war gerade langweilig. Ich musste einen Sith töten. Und zwei Hutten, die Hutten hat er im Video, in der Videosequenz gekillt. Ja, und die Hutten Leibwache, zwei Hits. Das ist doch ein Witz mit zwei Hits. Das ist doch ein Witz mit zwei Hits. Und die ganzen Gegner, die hier rumlaufen, die bringen mir halt unnichts mehr irgendwie. Keine XP so wirklich. Obwohl, Gegengebrachten, meiner Meinung nach, ganz am Anfang vielleicht XP. Mittlerweile sind es wirklich nur noch Questabschlüsse. Auch wenn es nur zum Beispiel Nebenquests sind. Die bringen ordentlich XP. Oha, das sehe ich ja jetzt zuerst. Vermächtnis Stufe 8. 199.390 Punkte habe ich und 247.000 brauche ich. Und ich weiß immer noch nicht, für was der Spaß ist. Links rum, rechts rum, links rum. Und ich weiß nicht, es gibt noch Spaß, ich weiß nicht zu ziehen. Ich weiß nicht, wie ich meine Geschwindigkeit war. Und ich weiß nicht, warum ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht zu tun. Aber ich weiß nicht, warum ich in dich rausfüllen. Vorbeigefahren, vorbeigefahren. Ne, ne, hä? Ne, doch nicht. Ähm, du bist ein Sanitäts-Ruine. Du bist ein Hacker. Da unten war doch gerade irgendwas zum Kaufen? Verkaufen? Egal. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.